Jetzt werden da die Beete, die Tulpenbeete, noch mit meinem Brechen ein bisschen ausgezogen, nicht ausgezogen, ausgeebnet. Ja, und was läuft da weiter beim Bauerausi? Ich will da mit meinem kleinen Sägerät etwas Weizen aufs Blumenfeld säen, damit da nächstes Jahr, wenn Luft zum Blumenstrauss, kann man da noch Getreide schneiden. Ich sehe jetzt einen Winterweizen, Chomot heisst der, das ist eine Schweizer Züchtung und es ist ein Zweinutzungsweizen. Der Chomot, der lässt sich auch noch im Frühling säen als Sommerweizen. Darum säe ich jetzt da ein bisschen im Herbst und dann im Frühling säe ich auch noch einmal und etwas Sommerhaber dazu, damit da immer etwas grünes Getreide da ist, um zum Blumenstrauss dazu gemacht gegeben zu werden. Jawohl! So, erste Spur gesessen. So, da werden wir dazu filmen. So, da werden wir dazu filmen. So, da werden wir dazu filmen. So, da werden wir dann noch ein schöner Tag. Jetzt, zehn vor sechs, zeige ich da noch drei, vier Linien und dann ist da noch Feierabend für den Bauerausen. Chorrausen. einzig пишen.